Liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Ein gut gefülltes Stadion, aber warum sage ich das? Fußballherz, was willst du mehr? Naja, schauen Sie mal in den Himmel. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair. Der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Ja, er hat ihn erwischt und dementsprechend gibt es Freistoß. Keine Verwarnung, der Umparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ehrmahnung. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Kein Abseits. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Da haut er ihn einfach weg. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten, das war aber auch bitter nötig. Achtung, ein Ball kommt. Einfach weg mit dem Ding. Sie fangen extrem vorsichtig an. Das hohe Pressing ist Ihnen in dieser Phase wohl noch zu riskant. Kalejcic. Kalejcic. Ein super Dribbling, doch das E-Tüpfelchen, das fehlt. Ich bin ja eigentlich neutral, aber bei diesem Solo, da habe ich richtig mitgefiebert. Und ich habe gehofft, dass er sich selbst für diese klasse Aktion belohnt. Und er geht hoch in das Kopfball-Duell. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, dann geht es plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Kalejcic. Weltklasse Technik. Mario Götze. Ja, das war ein klares Foul. Er geht auf Nummer sicher. Gerasi ist das. Lieber zurück zum Goalie. Es gibt nichts Neues zu vermelden. Immer noch 0 zu 0. Benze bei Ihnen. Vertikal gespielt. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Kein Abseits. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Da haut er ihn einfach weg. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Achtung, ein Ball kommt. Einfach weg mit dem Ding. Sie fangen extrem vorsichtig an. Das hohe Pressing ist Ihnen in dieser Phase wohl noch zu riskant. Kalejcic. Kalejcic. Ein super Dribbling, doch das E-Tüpfelchen, das fehlt. Ich bin ja eigentlich neutral, aber bei diesem Solo, da habe ich richtig mitgefiebert. Und ich habe gehofft, dass er sich selbst für diese klasse Aktion belohnt. Und er geht hoch in das Kopfball-Duell. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, dann geht es plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Kalejcic. Weltklasse Technik. Mario Götze. Ja, das war ein klares Foul. Er geht auf Nummer sicher. Gerasi ist das. Lieber zurück zum Goalie. Es gibt nichts Neues zu vermelden. Immer noch 0 zu 0. Wenn sie bei ihm. Vertikal gespielt. Kalejcic. Weltklasse Technik. Mario Götze. Ja, das war ein klares Foul. Er geht auf Nummer sicher. Gerasi ist das. Lieber zurück zum Goalie. Skiri. Es gibt nichts Neues zu vermelden. Immer noch 0 zu 0. Benzibarini. Vertikal gespielt. Der kommt weit nach vorn. Kalejcic. Ist der Adressat dieses langen Balls. Der Umparteiische bitte zu. Deswegen. So.